Nein! 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 Fuck you! Bitch! War ich das? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Genital Squad. Wir spielen heute Brawlhalla. Wir haben keine Ahnung, worum es geht, so wie immer. Und mit dabei sind auf jeden Fall wieder Tommy von Two Crazy Games. Hallo! Der Enzo von Der Enz und So. Einen wunderschönen guten Morgen. Und natürlich auch der Chris von Sofaschnutte. Jetzt wollte ich sagen Sofaschnutte von Chris. Sowieso. Ja, das ist wohl irgendwie so ein Hau drauf und klopp ihm einfach eine aufs Maulspiel. Jetzt chooset alle noch eure Letten, vor allem dieser Chat hier unten, weißt du? Welcher Chat? Ich wollt grad sagen, welcher Chat? Welcher Chat? Ich mach dir mal zu, wir haben nichts geschrieben. Nein, wir haben auch nichts geschrieben. So darfst du's nicht sehen. Es liegt alles im Auge des Betrachters. Ja. So, wer muss denn jetzt hier? Sofaschnutte, du musst noch choosen. Ihr müsst noch Choosing a Legend machen. Ja, Tommy. Warte mal, ich muss noch... Ach, ich muss CONFIRMEN! Oh! Oh, du bist der Pirat! Ich bin harte Pirat! Anal Pirat! Du musst auch CONFIRMEN! Du musst auch CONFIRMEN mit Tommy! Also ihr seht, ne, Gender to Squad. Wir sind wieder vereint. So, geht's jetzt los? So! Oh, man kann aussuchen! Man kann aussuchen! Aber ich kann auch aussuchen! Ja, ich mach einfach RANDOM! 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 Juhu! Er schmeißt raus! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich auch nicht. Ich werd sowas von verlieren. Ich bin der Einzige, der keinen Controller hat. Also es sieht ein bisschen... Das ist mein Controller! Wir haben auf jeden Fall... Okay. Er sieht ein bisschen aus wie Stickfight. Er sieht eins zu eins aus wie Stickfight tatsächlich. Nur halt irgendwie cooler. Was willst du bei mir? Kann ich das nehmen? A mit X! Ja! Ja! Ich hätte schon in meiner Sexy Pirat! Das ist doch super... Was ist denn das für ein Schatz? Was, was, was? Ach, du Scheiße! Das ist mega cool eigentlich! Voll geil! Das ist Stickfight in der Grafik! Wo ist denn hier? Ist doch mein Controller! Das ist ohne Scheiß Super Smash Brothers! Das ist eins zu eins Super Smash Brothers! Geil! Ist da ein Super Saiyajin oder was? Nee! Könnt ihr mich noch nicht töten? Nicht mich töten bitte! Warte mal ganz kurz! Ich muss mich mal ganz kurz OP machen! Damit ich euch töten kann! So, komm schon! Ey, nicht runter! Nein! Tommi! Mann, Tommi! Ich hab doch gerade gesagt, mich nicht töten! Oh, ich kann jetzt sogar ein Komplett nicht! Okay, aus irgendeinem unerklärlichen Grund funktioniert mein Controller nicht! Ja, okay! Habt ihr einen Controller? Nein! Ja, ich hab einen Controller! Ich hab Plug and Play! Echt, ja? Ja! Ja, ich hab auch Plug and Play, aber irgendwie... Ich glaub, ich bin komplett raus! Ich bin komplett raus! Ihr habt mich einfach komplett raus genockt! Ich glaub, ich war das! Deswegen tötet mich nicht! Weißt du, das sind Freunde, Alter! Ohne Scheiß! Ja! Ihr seid unmöglich seitdem! Ganz ehrlich! Oh! Ja! Ihr seid unmöglich! Eins, zwei, wo wüssten du? Ha! Ich bin komplett down! Weil ihr mich einfach komplett runtergeschmissen habt zweimal! Nein! Ich! Sehr schön! Sehr schön! Verdammt! Ich hoffe, der lässt dich auch über dem... Von... Was hat der... Hat der da einen Fischmob in der Hand oder was? Der hat einen Fischmob in der Hand! Ey, ey, ey Tommy, guck mal, guck mal! What the actual fuck war das denn? Was ist denn das für ein Zeichen dort? Wo? Ich kann echt denn... Hä? Wieso funktioniert meine Axt nicht? Du musst auch klicken! Wie klicken? Naja, irgendwas klicken wahrscheinlich. Mit nem Mausklick oder so. Was? Wie soll ich denn das machen? Mit der Maus irgendwas klicken? Hat der da einen Fischmob in der Hand? Ja, aber wieso? Ich hab mir keine drei Hände! Naja, du steuerst mit der Maus! Wie hast du denn sonst die ganze Zeit geschlagen? So ähnlich wie Stickfeld! Ja! Ja! Was ist das denn? Ah, nee! Ah! Guck mal, jetzt ist Tommy auf einmal overpowered! Oh! Das ist ohne Scheiß! Genau wie super smashbar das! Ja! Ach, damn! Tommy, ich tu mal so, als hätte ich das jetzt nicht gesehen! Ach, nur noch für beide jetzt, oder was? Ja! Guck mal, wie gut die beiden sind! Das ist nicht mehr normal! Tommy, die haben hundertprozentig geübt! Ja! Ich guck dir seine Spiele aus, als wenn die wüssten, was die tun! Das ist unfassbar! Ich glaube auch, ich glaube auch! Ich hab übrigens die falschen Tasten mit und man kann's komplett mit Tastatur spielen! Im nächsten Spiel spielen wir Destiny! Ich hab's auch nie gespielt vorher! Ja! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Tschüss! Ja! Wuhu! Aber ein Leben hab ich noch! Ein Leben hab ich noch! Ja, eins! Oh, guck mal hier! Ja! Oh! Oh, ey! Komm schon! Nein! 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 Ich bin schon in die Fresse! Ja! Also irgendwie... Ich muss auf jeden Fall mein Discord hier irgendwie die Benachrichtigungen ausmachen! Das ist ja viel zu ihr nochmal! Ey! Das gibt's doch nicht! Guck mal! Sofaschnüttel kennt das gut! Der kann das richtig gut, man! Der hat das 100 pro geübt, man! 100 pro! Du kriegst nicht das tot! Nee sogar, Sofa? Ja! Ja! Jetzt... Nee! Scheiße! Ja, komm! Beide! Wir haben noch ein Leben! Nee, die Waffe will ich nicht haben! Ey! Sofaschnüttel! Der ist voll hart voll drauf hier! Alter! Fick dich doch! Wie hast du das gegriffen, Sofa? Mit X! Mit X? Wie bist du denn da an X gekriegt? Guck mal, er kannte schon die ganzen... 100 pro hat er das gespielt, Mann! 100 pro! Ich hab's natürlich, Mann! Du hast es jetzt gerade rausgefunden, wie man das alles macht und wie man... Ja! Du hast zufällig, bist du über das Ding rüber gelaufen und hast alle Knöpfe ausprobiert, oder was? Sofas, ich glaub dir kein Wort! Ich glaub dir auch kein Wort! Beweis mir das! Ah! So schön da heimlich geübt! Ja, ohne Scheiß! Das sind aber viel zu skillvolle Moves! Guck dir das an! Die haben beide gesagt, und wegen heute überreden wir die beide, wir spielen... Ja! Wir spielen etwas, was wir noch nie gespielt haben! Genau! In Wirklichkeit sind die einfach mal schon längst so ein... Fucking... Wie heißt der Scheiß? Overpowered! Nee, nee, nee! Schon in... In... Nicht... Ich will die ganze Zeit Space Jam sagen, aber Space Jam ist definitiv das falsche Wort dafür! E-Sports! Komme ich noch auf Space Jam? Ist nicht Bescheid oder was? Space Jam, Space... Grabben oder so? Ah! Scheiße! Du musst ihn grabben! Ah! Ah! Oh Mann, ich bin sowas von Vierter! Penis! Ah! Aber das macht Spaß! Ich hab den Piraten an, wie der applaudiert! Ich applaudiere wie jeder andere auch! Oh cool! Nein! Du siehst nur ein bisschen dämlich dabei aus! Guck mal! Ohne Scheiß! Er wusste sogar, dass es hier oben auftaucht bei ihm! Ja! Was? 100... Sofa! Ohne Scheiß! Also... Nee! Äh... Choose... Choose... Choose dir noch eine Legend? Ja! Ich hab auch eine jetzt genommen! Könnt ihr mal den... Könnt ihr mal den Chat zulassen? Ich versuch's! Was steht denn da? Kann ich mal sehen? Was steht denn da? Gigi steht da! So, äh... Gigi! D'Agostino? Hasshase, du bist ein bisschen leiser! Du musst noch ein bisschen... Ja! Ich war gerade nicht an meinem Mikrofon! Ah! Jetzt nehm ich aber einen anderen! Ich nehm mal hier olle Caspi... Nee, obwohl nicht Caspi... Nee, Caspian hab ich schon! Echt, ja? Ja! Das wär zu... Das wär zu merkwürdig! Okay, dann nehm ich hier olle Staff... Staffwoman! Das ist Deathwoman! Oh, das ist Deathwoman! Oh, ich se gar nicht! Ich hab da voll... Die? Oh, ich kann sogar die Farben ändern! Ja! Das ist ja awesome! Ja, du wusstest... Ey! Tommy! Wat? Nee, das geht gar nicht! Dann nehm ich den... Dann nehm ich den... Der Pirat! Nee, dann nehm ich noch die Tante! Obwohl ich nehm den... Ich nehm den Og nochmal! Halt mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich kann ja auch andere Waffen nehmen! Xul! Gesundheit! Ach, den hast du auch gerade gehabt, ne? Eh? Queen Knight! Dann nehm ich den halt einfach nochmal! Ich nehm ihn jetzt nochmal! Gönnt ihr mal, Xul! Der Mann hat wundervolle Zähne! Wir spielen mit eigentlich neue Sachen frei! Das weiß ich nicht! Ich nehm ihn jetzt nochmal! Scheinlich musst du irgendwie tausend Sachen spielen! Ich denke mal, wir müssen einfach irgendwas spielen dann! Irgendwas chosen! Ich choose das jetzt! Ich auch! Hä? Und ich hab hier ne Furchtbar... Mein Handy raste geradeaus und sagt, er kann die Decke nicht als mein Gesicht erkennen! Und das ist aber okay dann! Wie konnte er nur? So! So! Freunde! Jetzt mach ich euch fertig! Ihr Bitches! So, warte mal! Wieso kann ich keinen... Controller benutzen? 3, 2, 1! Wo bin ich denn? Ich werde mal ganz kurz probieren! Warte, 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 bevor ihr irgendwas macht! Ne! Stopp, 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 stopp! Tommy! Was? Ich hab grad noch... Ich bin hier oben! Ich hab gar nichts gemacht! Okay, ich bin jetzt einfach mal von rausgegangen, dass du das hast! Boah! X! Nein! Was funktioniert nicht mit X? Ah! Mit dem X! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Boah! Ich bin ein Gott in diesem Spiel! Verdammt! Ey! Ha! Boah! Aua! Ha! Du Arsch! Komm du mir mal nach Hause! Aua! Boah! 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 Ich raste hier richtig aus. Juhu! Halt's Maul mit deinem Horn hier unten. Aua! Ey Enzo. What the fuck? Nein, 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 nein. Ich land mal hier. Oh, nice. Wow. Dieses Spiel, ey. Das ist einfach nur durchtrieben schnell. Nein, nein. Das ist megacool, Mann. Ich bin voll der Wolverine-Scheide. What? Jawohl. Wo ist er? Aua. Nein, nein, nein. Ich bin ein Gott in diesem Ding. Ey. Wahnsinn. Ihr Pisser. Wer hat denn die Mine da hingelegt? Hast du sie noch an? Ich will die Waffe nicht haben. Ich will diese hier. Ich will die Waffe nicht. Wie schmeißt man seine Waffe? Ich bin so... Ich hau einfach nur in der Gegend rum. Ich bin so... Ja! Nein! Ich bin nicht ernsthaft durch die Map gefallen, verdammte Axt! Ich bin tot! Ich bin komplett tot! Nein! Wieso bin ich... Wann bin ich so oft gestorben? Ich bin nur ein einziges Mal gestorben oder nicht? Ich bin raus! Ja, ich bin auch raus! Nein! Ach guck mal hier! Ich... Alter, nee. Ich muss mich an diese Tasten gewöhnen. Ich drück immer wie blöd rum irgendwie. Nee! Jetzt komm halt her! Das ist gut! Jetzt guck das mal. Das ist mega gut! Das ist mega gut! Das ist mega gut! Das ist mega gut! Das ist unfassbar! Haaaah! Das ruiniert unser Leben, Alter! Ey, wirklich! Ohne Scheiß, man. So verendet Karriere sind seit... seit ich hab ne neue color neue color so ich glaube doch wieder den pirat oder ich nehme mal ihn jetzt hier ich muss unbedingt mit meinem mit meinem mit meinem mit meinem oder artem ist irgendwie spielen aber ich werde mir die andere farbe nehmen der komische wischmann den habe ich gerade ausgewählt naja gut dann nimm du den dann nämlich wäre mein mein klassiker auswählen ich immer noch artem ist wie das bordell den hatte ich gerade die nehme ich in diesen für irgendwas muss es ja gut sein die farbe ja gut sein okay alle guten dinge sind drei der kleine mann da der bin ich braun gebrannt im sommer ja du bist richtig braun gebrannt im sommer das ist so hartkrebs im winter eigentlich ja ja das ist falsch okay noch schlimmer normal und sonst so ja gamescom war geil ne kann ich nicht mehr können das würde eigentlich eine andere farbe nehmen bei dem sternchen muss das machen ja jetzt so spät was haben wir hier von ich bin voll einig ja ok welche map oh es ist meine geworden juhu es könnte auch meine gewesen sein der meine war random oh mein gawd bitch ich hab voll die random map ich bin voll die fresse gekriegt da kann ich nicht mehr nicht mehr ich bin ich weiß es nein 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 ah fuck u Bitch War ich das etwa? Hier Jetzt verpiss dich Alter Hier, nimm Nimm was von meinem Wischmob in deine Fresse Alter Boah, krass, ey Alter Da war ich wohl weg Haha Friss meinen Wischmob Nein Ich bin gleich durch Alter Immer in den Nacken Ich möchte gerne eine Waffe haben Diese komische Picke So geil finde Nein Ja 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 Alter Ich kann gar nicht so schnell wegspringen Ihr Penner Es ist so fucking schnell Man weiß gar nicht, wo man Ohne Scheiße Es ist 1 zu 1 Super Smash Bros Ja Und halt ohne Nintendo Was mir Gewisse nach diesen Ereignissen Ich bin nicht der erste, der raus ist Ich flipp aus Aua Hat gut Wie spielst du denn Zu den Typen hier oder was? Ne, das komische Eskimo-Ding hier Ich hab keine Ahnung, was das ist Ich weiß sogar, was die Leute haben Das Spiel ist voll lustig Boah, voll Gut Nein Ja, Gott, nochmal Aber ist mir egal Ich hab noch ein Leben Ein Leben Sieht so knechten Aua Oh, Gott Nein Nein Ich hab das noch nie gespielt Ich hab das auch noch nie gespielt Also, er ist hundertprozentig schon mal gespielt Kannst du erzählen, was... Scheiße Ach, Mann Oh, jetzt wir beide, oder was? Das ist doch nicht zu fassen Ich hab noch ein bisschen Angst vor dir Geh mal kurz weg Ich bin so im Tunnel, Mann Na, wer wird's gewinnen, Freunde Wer wird's gewinnen Ich will erst mal mal einfach stumpf alles wegwerfen Aua Streng dich an, Enzo Komm, Enzo Ja Nein Boah, ey Jetzt lass mich halt mal ganz kurz in Ruhe Nein Hast du immer noch nicht genug Nein Ey, so verschnudelt, der... Den kriegst du doch einfach nicht weg, oder? Ja! Wuhu! Ich hätte sogar noch ein Leben gehabt Ihr Säcke Scheiße Geile Nummer Sehr, sehr gut So eine Runde noch Sehr, sehr, sehr gut Ja Oh, ja So, seht ihr das? Next one, Freunde So, eine Runde noch Eine Runde haben wir noch Eine Runde haben wir noch Eine Runde haben wir noch So So, jetzt hab ich meine ganze Energie für heute verbraucht Jetzt lass ich euch gewinnen, falls ihr gewinnen solltet Das wird nur doch immer Oh Also ich nehm den jetzt nochmal, der war gut Oh mein Gott, war das schwierig Ich glaub, ich nehm jetzt einen anderen So, ihr habt Caspian und die komische Tante Ja Mh Könnt ihr mittlerweile den hier freistatten? Wer ist das denn? Random Ah, nee, das will ich nicht Ich bin doch mal random frei Ich will nicht random Wo kann ich denn nochmal die Farben ändern? Ich konnte doch die Farben ändern Bei dem Sternchen Ja Bei dem unteren, also unter den Köpfen Ah, guck mal hier, Tommy Ich bin im TCEG-Grün Gar nicht Da war ich hier gerade tätig Guck mal, hab ich auch Ich mach Geld Was? Ihr habt meine Farben Ich seh komplett Ich hab grad die gleiche Farbe wie Tommy Okay, ich bin auf jeden Fall der Pirat Der goldene Pirat Warte mal Ja, der Pirat hat jetzt Äh, die Farbe der Klamotten von den Piraten Haben die gleiche Farbe wie seine Zähne Gold Ja Man kann auch Gold dazu sagen Ja Genau Es ist nicht Urin-Gelb Was macht denn Tommy? Tommy Tommy ist noch Blue Man Ich dachte, du wolltest dich jetzt TCEG-Grün ballern Ich hab keinen TCEG-Grün, leider Aber ich muss mich unterscheiden von euch Damit ich, äh So, los jetzt Damit ich nicht blieb Achso Ich nehme jetzt mal, äh, diese Map hier Ich wähle Dich Ich bin schon random Ich wähle wieder random Es wird random Wow King's Pass Nice Okay, jetzt mach ich euch fertig, ihr Penisse Ihr Penisse Ich mach euch jetzt fertig Alles klar, gut Ich hab alles im Gesetze Äh, das ist mir jetzt mal Wo bin ich denn? Wer bin ich denn? Ach, da Boah, ich muss dich Gas geben Ey, sag mal Oh, nein, nein Toll Ich bin runtergefallen Boah, der ist mega cool Der ist mega cool Der fucking Der hat mega die coolen Animationen Nein Nein Oh, das gibt's doch nicht Ja Ja Alter Alter Enzo Ey, Mann Ja, voll gut Ihr seid doch scheiße Fuck you Ist Enzo eigentlich schon mal gestorben Tommi, hau ab Nein Achso, ich bin ja noch am Leben Nein Ich bin keine Scheuern, weißt du Nein Hau rein, Tommy Hau rein, Tommy Damn, echt Damn, damn, damn Oh, Mann Boah, krass, ey Ey, sag mal Mann Ich bin kein Flummi Ich bin kein Flummi Ich bin Gott in diesem Spiel Nur wenn du ein goldener Pirat bist, oder was Aua Boah, Alter Fuck yeah Ha Tschüss Alter Mann Mann Du Pisser Nein Ich hab schon einen Doppelsprung gemacht, oder was Oh Mann Ich bin so im Tunnel, ey, Leute Ohne Scheiß Könnt ihr nicht machen Ja Okay, sag mal eine Gans wieder Ich mag dieses Spiel nicht Was? Mega cool, Mann Ich hab jetzt in dieser Runde verloren Was? Ich mag das Spiel nicht, Freunde Macht's aus Mein Ernst Boah Hardcore Ich glaub, diese Ork ist einfach zu langsam Naja, macht euch mal da drüben Ich bin, ich bin auch schwer dafür, dass wir nochmal spielen Was? Fuck Piss dich doch Mann Alter Ja, ja, genau, klar Ich hab' gar nichts getan Oh, was? So we meet again Ah Ey Wuhu Ja Ah Nice, Mann Nice Geil Sehr nice Ich bin der Gefühl, dass wir nochmal spielen Komm Wie viele Minuten sind wir schon drin? 28 Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Eine schnelle Runde noch Eine schnelle Runde noch Amtierenden König Der amtierende König Ich sag mal GG und so'n Scheiß, ne? Ja, 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 ja Einfach nur, um nett zu sein Okay Dann neue Runde, neues Glück, oder wie ist das hier? Würde ich meinen Ich glaub, ich nehm nochmal den Pirat, weil ich fand den tatsächlich unfassbar cool Ich will die restlichen will ich auch haben, die sind mega nice Ich muss das mit diesem Ork klären, ich muss das können, ich muss das drauf Dann lass uns das in der nächsten Folge besprechen Na jetzt, wieso, wir machen doch noch ne Runde jetzt Ah, wir machen doch ne Runde? Okay, dann machen wir noch eine Runde Ja, ja Sofa, das Ganze soll doch nicht auf dir sitzen lassen Das geht nicht Es steht 2-2 Ich brauch zumindest irgendwie einen Gnadensieg, oder irgendwas Das ist jetzt, das ist jetzt quasi die, ähm Entscheidungsmögliche Aber, ich nehm wieder meinen Yumiko Den fand ich nämlich cool Yumiko? Ach, die Okay, ich nehm meinen goldenen Pirat Leute, ihr könnt ja mal jetzt kurz das Video pausieren und mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer gewinnen wird Wer wird gewinnen? Oh ja, ich bin's nicht Es steht 2-2 zwischen Sofa und Enzo Ich hab drei Möglichkeiten Ja Also ich bin hardcore ready Ich will jetzt einfach mal random, weil das hat mir Glück gebracht So was Einer von euch hat nichts gewählt, glaub ich Doch, oh, meine sogar, juhu Oh mein Gott Die sind ganz schön hart Yes Hatten wir die nicht schon? Nein Nein, die hat man ja nicht Nee, die hat mir tatsächlich noch nicht Die sieht sehr, sehr entspannt aus Warum bin ich denn bei Tommy? Wo bin ich denn? Ach, da Alter Fuck you Sehr, sehr wenig Kanten zum hochklettern by the way Also wenn wir hier verkacken Höh Ja Ey, Enzo Kannst du das mal sein lassen Wäre das machbar Fuuuuh 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 Troll und der komischste Schönling Troll und der komische Schönling Troll und der komische Schönling No way, ich bin schon wieder runtergefallen Fuck nein Okay, das war das Ende meiner Legacy Hä? Aber ich werde euch noch das Leben zur Hölle machen Könnt davon aussehen Haha, Tommy ist weg Na 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 Los Tommy Was macht der da? Tschüss Ey, boah krass Jaja, ihr macht das schon Jaja Das ist voll die geile Technik Einfach stehen bleiben und gar nichts machen So wie bei Stickfetchung Genau Genau sieht aus Kommt mal her, ihr Süßen Ihr Landratten Ey, Tommy Nein Wo bin ich? Tod Bin ich wieder raus? Nein Nein Nein, ich bin auch rausgeflogen Ich bin komplett durch Ich bin komplett durch Ich meine Legacy Nein Was machst du da? Das geht dich gar nichts an Das geht dich gar nichts an Oh nein, Ian Alter Alter Was war das denn? Ha Gekonnt war das Deine Mutter ist gekonnt Kann man hier eigentlich irgendwas machen, lieber? Kann man irgendjemanden noch beeinflussen oder so einen Scheiß? Das wäre mega cool Ist doch unfair und trennt, you funny manama Fuck you Fuck you Fuck you Nein Die komischen Degen sind mega cool Ich, äh, ich bin offiziell Wer ist denn Caspian? Wer ist denn Anna? Achso, ich dachte du nimmst die Tante Ich bin offiziell durch mit dem Spiel Ich wollte doch alles Das ist ja wie bei Head Simulator Nicht das Genau Also du musst doch auch mal tot gehen Dass das, dass das, dass das Spiel kostenlos ist, weißt du Ja Der tut's einfach nicht so weh Nein Ffff Ffff Fuck you Nein Yo Mega sick Es sind beide sehr sehr low Scheiße Wahnsinn Ja Und vor allem, du hast noch mit zwei Punkten gewonnen Du hättest ihn so oder so hättest du ihn nass gemacht, ne? Oh mein Gott, in diesem Sinne Applaudiert mal schön weiter Ja Genau Sehr, sehr geil Leute, vielen, vielen Dank für's euch Tschüss 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 Sch الله Jä 마�fen Enholt Jä, jä Bericht